hey ho hallo meine freunde und willkommen zu einem neuen video von eurem mc zocker und heute spielen wir wieder mit lea in der überlebenswelt das ist heute auch schon der siebte part aber bevor ich erzähle was wir heute machen grüße ich noch ein paar personen also grüße gehen raus an semin an leni rosi youtube an anita neubrand an vinya und an nice gaming den rest grüße ich an den nächsten videos und wenn genau du auch gegrüßt werden willst schreibe einfach einen netten kommentar mit dem hashtag groß wir werden heute mit dem lea ein bisschen unterwürdig gehen ein bisschen eisen für back-up kristos farmen ein bisschen gold für goldäpfel und dann was sehr wichtig wäre ist zum einen lapis damit ihr was zu zaubern können aber was auch dazu gehört sind diamanten diamanten einmal für rüstung und diamanten für den verzauberungs tisch und ich würde sagen dann sehen wir uns gleich auch schon in der überlebenswelt bis gleich so leute dann sind wir schon der überlebenswelt mit der lea hallo lea ich ja perfekt wir werden heute wie gesagt unterirdisch gehen und es dabei flachwitze erzählen ich werde allgemein michael flachwitze erzählen und lea du wir gehen jetzt nämlich erstmal in die höhle farmen essen haben wir nämlich genug wir brauchen eigentlich ja nicht eigentlich haben wir das genauso wenig holz mit holz ist ganz wichtig und leute ganz gerne da hätte ich gerne sprachenlernen war mir einen spieler hier vorne ist auch übrigens schon eine höhle so ich speicher und speicher sage ich schon ich hole das mal ja ab jetzt schon mal die lohnrouten ab so jetzt haben wir schon zwei jahre los warte lea wir dürfen uns nicht vor allem so jetzt habe ich noch eine axt wir holen ein bisschen holz mit runter weil wir brauchen allgemein eine neue rüstung die haben wir im nether im letzten part verloren ja und die rüsi braucht und dann brauche ich also die rüsi wäre natürlich cool aber mindestens mal ein paar dias für dings wäre ganz cool für end für end und halt für den verzauberungstisch und gold für goldäppel wäre halt auch nice ok so soll dann holz reichen ich bin nicht so der rote bete fern ich mag auch spinat an sich eigentlich nicht so außerhalb ja in so herzhaften sag mal wollten das nicht eigentlich flach wird tatsächlich ja und du hast gesagt bei meinen wir meinen ja noch nicht ja sag mal du hast wirklich keine rote bete ne nicht so gern ein paar blöcke haben wir auch du musst doch schon antworten ne ja ich esse keine rote bete ja hier die rüsi da kann ich mir mitholen als schutz hier lea ich habe noch so ganz bisschen rüstung für dich dass du nicht ganz verrückst aber die ist halt halt kaputt du hast ja sogar noch ein bisschen eisen wo ja hier leer das ist ja ich habe hier das ist noch mal einer der ist noch mal hier das brauche ich ein bisschen holz mit und kohle brauche ich aber leer ich habe kohle für uns dabei wegen öfen also ich habe genug ja ja ich muss auch gucken mal ich gebe dir jemand die rüsi ist jetzt nicht mehr ganz repariert aber kannst du ja klar siehst du auch nur halb zerstört mit one-hit egal ist auch so leute wer will eigentlich anfangen ich gehe schon mal in die höhle und direkt also du weißt gar nicht wo der höhlen eingang ist okay ich habe einfach schon gefühlt ja ich habe schon wieder eine halbe risie zusammengefühlt so ich würde sagen soll ich mal den erweiter auch mein dings genommen hast soll ich ja für den ersten witz mal erzählen warte hast du eisen von mir geklaut nein ich hatte noch eisenärzte bei mir drinnen ja das habe ich mitgeholt um ja halt bisschen noch neue rüstung zu finanzieren ich bar gerade auf deine neue rüstung hallo warum kauftest du neue rüstung und bist mir diese abgeranzt hat ich habe noch keine neue gekraftet das hat die sechs eisen haben nicht gereicht dass du hattest du soll ich mal einfach den ersten erzählen ich mache jetzt mal ich fange es mal mit michael fitzen ja ich fange mit dem ganz großen basic an ich fange einfach mal an mit was macht ein creeper an einem warmen sommertag den rasen sprengen du bist so blöd okay was macht steve okay dann lese ich noch einen vor weil du ihn kanntest was macht was macht steve was macht damit er sich fit wenn er sich fit halten will laufen dann einmal um den blog ach so als habe ich greifen jetzt schon wieder 100 zombies an der easy keine rüstung sogar vom roger war ich da immer ließ mal deinen jetzt vor also den nächsten von dir ja dezente probleme mit zombies wir schaffen noch nicht gegen zombies wie wollen wir mein kopf durchspielen davon abgesehen ist das auch noch auf einfach also nicht auf einfach direkt aber trotzdem ich habe half life von einem fucking baby zombie half life cool kennst du auch das spiel spaß also pass auf ein gast in einem restaurant herr ober zahlen bitte sagt der ober 6 45 123 1 verstehst du nicht doch aber der war einfach komplett scheiße aber trotzdem naste weil er scheiße war ja so jetzt gammeln mal mit hier rindende bude davon hier kam der ja gehen wir mal hier rein ja da war schon ähm dann suchen wir ähm ich mach den neck warum kann deine mutter den enderdrachen den minecraft nicht besiegen deine mutter kann den enderdrachen nicht besiegen ja warum weil sie nicht mal minecraft spielt hä weil sie nicht durch portal passt hä da musst du aber auch schon sagen deine mutter ist so fett du bist du mein gott also das ist so gut der witz war schon kacke und du hast ihn doch komplett kaputt gemacht ich weiß aber du darfst trotzdem ja aha danke für dein abo sandbriband sandbripro sehr nett Ja, ich mach mal... Achso, ne, du bist dran. Genau. Was sind die letzten Worte eines Sportlehrers? Alle Sperre zu mir. Ja, denke ich. Oder noch besser, was steht auf dem Grabstein eines Mathelehrers? Ja, damit hat er nicht gerechnet. Und mit der Putzrau... Damit hat er... Sie kehrt nie wieder. Alter, hier fliegen einfach Schafe. Ich schwör. Ich mach mal den nächsten. Was passiert mit den Augen, wenn man zu viel Fernseh guckt? Eventuell eckig. Schau dir Steve an. Also, ähm... Fazit, ich hab dich verloren. Ja, ja, das ist egal. Fazit, die Map leckt. Oh, ja. Doppelfazit, es lädt überhaupt nichts. Fazit, du hast recht. Fazit, das passiert auch, warum die Schafe fliegen. Leute, es gibt jetzt erstmal einen kleinen Cut, bis wir noch eine weitere Höhle gefunden haben. Bis gleich. So Leute, wir haben hier eine geile Schlucht gefunden. Ups. Leute, das war eigentlich gar kein großer Cut. Das ist einfach nur 30 Sekunden her. Ist aber richtig so. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo du bist. Naja, ist jetzt egal. Ich bin da Schlucht, du kannst ja woanders fahren. Boah, das war überlegt. Was? Aha. Wann? Ähm, okay. Jetzt weiß ich auch, wo du hinten bist. Ja? Wo Hase? Ja, mega, mega groß hier, mega krank. Ja. Okay, ähm, wer ist eigentlich dran? Du bin. Du bist mit nem Witz dran. Achso, ja. Ähm, bist du per Anhalter gekommen? Wieso? Du siehst so mitgenommen aus. Ach, Alter. Ich hab 27 Eisen, das reicht für mehr als ne ganze Eisendrüstung. Davon abgesehen, ob du mein Eisen geklaut. Was macht ein Creeper als Kellner? Das Essen auf den Tisch knalle. Allein die Vorstellung war witzig, aber ich musste schmunzeln. Oh, ich hab die Schlucht. Wir sind in der Schlucht. Wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben genug Eisen für zwei Eisenrüstung gleich. Äh, jup, ich hab keine Ahnung, wo du hin gelaufen bist. Egal. Hallo, schonmal was von Fuck-Kellensätzen platziert. Hier, ich kann dir noch nen ganzen Sekt geben. Gefühlt ist da unsere ganze Kohle verbrasselt dafür. Meine auch. Oh, bisschen. Ich hab einfach immer noch keine Rüstung. Ne, ich kann hier gleich eine machen. Ich hab genug Eisen. Haha, ich hab das Geld. Oh mein Gott. Du bist wieder dran. Warte, ich hab gerade Probleme hier mit dem... Ja. Aua. Hier war irgendwo noch eins. Sollen wir gleich einfach mal runter gehen? Auf ne Höhe, auf ne Höhe, wo es dir das gibt. Wir sind gerade auf... Ah, hier sind Spinn... Hier sind Spinnnetze. Aua. Nein. 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 Ah, hier sind Spinnnetze. Das sieht aus... Ja, hier ist ein Minenschacht. Sehr geil. Ja, nur leider ein bisschen hoch. Okay, aber zähl mal den nächsten Witz. Oh! Nein, 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 nein! A outline, nein, nein. Nein, 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 nein. Wer muss mich raus. NepGER 10pleys. Okay. Ähm. Danke Lea, dass du so rück overcoming paperwork auf mich nimmst. Lies schonmal den... Lies schonmal den nächsten... witz vor, ich bin hier grad beschäftigt. Ja, da kommen noch so 500 andere Zombies. Ja komm, ich mach mir auf mein Tierschwert einfach keine Schärfe, sondern einfach Haltbarkeit. Cool. Also, Mord im Autoreifen. Täter und Flo durch Ventil. Oh, der Zombie hängt im Dings. Okay, noch nicht. Okay, ich bin wieder dran. Ja, ich hab so viel... Ey, ihr habt den Spinnensporner gefunden. Geil. Ähm, ich erzähl mal den nächsten. Aua. Nein. Nein. Kommt Steve zum Elternsprechtag, fragt die Lehrerin, wo sind deine Eltern? Steve, von der Lore überfahren. Lehrerin und deine Großeltern? Steve, auch von der Lore überfahren. Lehrerin, und was hast du den ganzen Tag gemacht? Steve, Lore gefahren. Fällig, aber es ist... Ja, das ist einfach die umgewandelte Trecker-Version. Oh. Ich weiß. Was ist mit dem Elternsprechtag? Treffen sich zwei Blinde. Treffen sich zwei Blinde. Lange nicht gesehen. Das ist genauso wie steht am Baum und an dem Bart. Oh, Alter, Alter. Okay. Oh, hier ist ein Creeper. Ich hab jetzt ein Steak-Eisen. Äh... Ein Creeper hat mir neulich einen Witz erzählt. Ein absoluter Knaller. Alter, hier sind so viele Spinnen, Alter. Fanden sie meinen Witz jetzt witzig? Ich hab dir mal zugehört. Ich musste mal überleben können. Ich hab nur noch ein Herz. Ein Creeper hat mir neulich einen Witz erzählt. Ein absoluter Knaller. Ach so. Also verstehst du? Knaller, okay. Dann behalte ich auch wieder. Ja. Wenn man viel Alkohol trinkt, ist man Alkoholiker. Ist man dann auch fantastisch, wenn man viel Fanta trinkt? Wer weiß. Kann das mal jemand testen? Creeper! Oh, man. Ich farm jetzt noch die letzten drei Eisen hier. Dann hab ich nen Stack. So. Ich hab übern Stack. Das brennen wir auf jeden Fall, Leute. Wir brennen das nach der Fende. Ich hab über mein Überleben gekämpft. Also wir werden das nicht, diese Folge, brennen, weil das wird einfach paar Stunden dauern. Deshalb wir werden das einfach durchlaufen lassen, wenn wir den nach dem Server gehen. Ähm, das aber schaltet sich automatisch aus. Egal. Dann lassen wir es einfach brennen und bleiben noch kurz auf. Aber Leute, du hast grad den Alkoholiker, wird's gebracht, ne? Ähm. Ja. Dann bring ich jetzt einfach mal, ganz spontan, auf meinem Grabstein wird einmal stehen. Respawning in 3, 2, 1. Connection lost. Lost. Was haben wir hier? Sitzen zwei Baume im Keller, sagt die eine. Komm, lass' hochgehen. Hm. Hm. Wie nennt man Minecraft-Filme? Hm. Blockbuster. Hm. Anna, ich bin in der Höhle, wo wir eben grad waren. Soll ich hier lang gegraben? Bin jetzt gleich auch, ich bin jetzt auch für... Bist du 50 Blöcke unter mir, ich gammel immer noch hier oben? Ja, bin ich. Ich einfach nirgends mehr runtergegangen bin. Block 10 jetzt. Okay, ich fahr' mit dir mal die aus. Okay, du bist dran. Wo ist das mal hier, äh... Lea ist dran, ne? Ihr könnt doch mal... Ich plant hier oben mal ne Abstimmung ein. Ähm. Was... Welche Witze fand ihr ja besser? Die von der lieben Liquid Lea oder meine? Wer für meine Stimmt bekommt... Nein! Pfarrers Volk reicht die Uni abgeschlossen. Günther, 52 Jahre, Hausmeister. Aua. Aua. Wenn ein Schäfer seine Schafe verhaut, ist er dann ein Mähdrescher? Jetzt mach' ich mal zwei, jetzt mach' ich mal zwei. Ja, Lutz, hau' raus! Wenn Chuck Norris Minecraft spielt, steht's im Chat. Hero Brian hat das Spiel verlassen. Langweilig. Okay, du weißt ja, Notch und so ist der Minecraft-Gott, ne? Dann mach' ich mal was. Gott! Also unser Gott und dann halt Notch, der Minecraft-Gott, you know? Äh, ach so, was ist das? Ähm... Nee, ich bin der Equipa. Gott, ich kann Welten erschaffen. Notch, ich auch. Gott, ich kann Bäume und Häuser erschaffen. Notch, ich auch. Gott, ich kann Menschen und Tiere erschaffen lassen. Notch, ich auch. Gott, ich kann runde Dinge erschaffen. Notch, left the game. Tja, da hat er an dieser Stelle mal gewonnen. Gott. Hast du mal einen Hund gesehen? Ja! Ich bin bei seiner Hundemütze. Er war aber sehr kurz angebunden. Diamanten. Ist einer eigentlich meine gewesen. Soll ich dir sagen, wieviel das waren? Ich hab' mich hier hingebaut. Ach, Dios! Ich kann mir ne Diages machen. Aber natürlich machen wir uns einer. Ohohohoho. Okay. Vater. Fritzchen. Zünde doch bitte den Christbaum an. Nach einer Wale fragt Fritzchen. Vati. Die Kerzen auch. Okay, ich auch zwei. Ich auch zwei. Ähm. Ob ich schon zwei erwähnt? Deine Mutter ist sogar in Minecraft rund. Und? Warum verließt der Enderman die Party? Weil ihn alle anstarten. Verstehst du? Weil Endermans, die teleportieren sich. Jaja. Jaja. Die rasten da mal komplett aus und krass in den Löcke. Okay, du bitte? Ist Kegel mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Ja, weil Dieter geht Bohlen. Nein, Thomas Anders heißt er doch. Thomas Anders. Herr Anders. Achs Ohr. Er heißt Thomas nur anders. Wie nennen Chinesen den Oberschenkelbruch? Äh, ja weiß ich. Oberschenkel beim Bruch. Knicky Knacki Nabaisaki. Ja. Ne. Knacki Nabaisaki. Das ist falsch gewesen. Ich hab mich vergraben gehen können. Ähm. Er hat Redstone gefunden. Oh! Lava See. Ähm. Ich hab noch ne Frage an dich. Warum mag Steve keine Creeper? Warum mag Steve keine Creeper? Weil die zum Schießen sind? Antwort. Er lässt seine Träume platzen. Wichtig. Ha 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 Ha. Ha 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 ha. hovering Das war so lustig, Alter. Ich hab hier auf Höhe 11... Ich hab noch mal Dias. Ja, aber wenn du... Wenn du ne Schlucht auf Höhe 11 nimmst, dann hast du aber... Ah, aber, äh, Eisenachs ist kaputt gegangen. Ein Schaf zum Rasenmäher. Mäh. Darauf der Rasenmäher. Mäh, doch selber. Oh! Hallo, gib mal bitte deine Dings, gib mal ne Axt. Bau noch mal ne Dias ab. Gib mal trotzdem ne Axt. 11 Dias hab ich. Äh, hier. Ich brauch doch keine Axt unten in einer Höhle. Ja. Was brauchst du denn? Eine Spitzhacke. Ist das irgendwie dumm? Soll ich unten in der grüne Axt, in der Axt, äh, Stein abbauen oder was? Ja, weil ich auch Holz dabei hab. Ich hab die Sticks getroppt. Weil ich auch Holz für ne Werkamt dabei hab. Kommt zu mir. Hab ich's, dann alles gut. Du hast Holz dabei. Ja. Ich hab doch irgendwie gesehen, wie du das geholt hast. Okay, äh, ich bin dran. Hm. Ähm, ein Creeper zum anderen. Ich hab Platzangst. Und weil der so kacke war, mach ich direkt noch einen. Ähm. Hä? Was rum? Was rum? Was rum? Hab ich nicht verstanden, meinte ich noch mal. Kennst du das Hähnling, Alter? Er hat Platzangst. 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 Platzbumm. Peng. Knall. Wolle Erwartungen. Wenn man mit einem Clown die Beziehung beendet, ist dann schlussend lustig? Mit einem Clan. Also mit einem Clown. Kriegen sich zwei Schafe in die Wolle. Hm. Naja. Leute, ich geh noch diesen Gang durch und dann gibt's gleich erstmal einen kleinen Cut, sobald ich Cut sage und äh, dann ja, dann äh, dann äh, damit dein Vater sich orientieren kann. Egal wie leer Flaschen sind, es gibt Flaschen, die sind leer, die sind leer, 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 ha ha ha, die sind leer, ha ha ha, die sind leer, lea, ne, die sind leer, ha ha ha, das war so unwustig. Okay. Okay. Ähm. Zweimal. Ich hab fast vergessen zu lassen. Für was du auf die Spinne. Komm. Lea, was du brauchst. Netz? Ein tolles Netzwerk. Ah! Kälte Rüstung. Ah! Okay, Leute, wir werden auf jeden Fall jetzt außerhalb der Aufnahme des Eisenbraten, die Dears hab leider ich gefunden, aber ich teil trotzdem den Verzauberungstisch da mit Lea und ich mach mir einen Deer-Prost. Lea ist auf jeden Fall noch eine Deer-Picke drin. Egal wie klug er ist, Johnny ist ein Depp. Oh, hier sind so viele. Oh Gott. Also, ich bin der Master of Desaster. Deine Mutter ist so cool, sie macht dir sogar in Minecraft Essen. Liken, wer seine Mutter lieb hat. Hashtag Ehrenmutter. Was ist das für ein Witz? Alle Kinder essen Nudeln, nur die Jutta ist Hundefutter. Alle Kinder essen Nudeln, nur die Jutta ist Hundefutter. Das ist nicht geil. Hä? Wer sagt? Alle Kinder stehen auf dem Berg, nur nicht runter, der kotzt runter. Ich kenn das nur, alle Kinder stehen von der Klippe, außer Peter, der geht noch einen Meter. Und alle Leute räumen die Möbel um, außer Mark, der kackt in den Schrank. Wer mag? Ich wollte Frank sagen. Hä? Hä? Außer er kackte in den Schrank. Ich hab den Witz komplett verkackt. Hä? Vergiss es, Lea. Vergiss es bitte einfach. Hä? Wow. Hier ist noch Gold, Leute. So, wir stacken das jetzt nach oben. Es gibt jetzt mal einen kleinen Cut, bis wir oben sind. So, Leute. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich würd sagen, Lea ist auf dem Rückweg gerade leider verstorben. Ihre Sachen sind weg. Ist aber nicht schlimm. Sie hatte zwar viel Eisen dabei. Aber ich würd sagen, eigentlich die hauptkrassen Items haben wir, oder? Ich hab die Items noch gefunden. Ich bin noch hier hinter einem Berg gestorben. Ach so, ja, Lea hat die Items wieder gefunden. Das ist dumm, ey, manchmal. Ja. Ich hab noch Zuckerhaufen weggefunden und unsere 11 DS, Leute. Am Glück haben wir die gefunden, nicht Lea? Ja. Deshalb... Ich hatte aber auch 4 Dias gefunden, ne? Ja, aber das sind meine, die ich da hab, ne? Ja, Glückwunsch. Ah, hast du auch Dias dabei? Ja, 4 Stück haben sie meine. Was machst du mit dem? Ich glaub, ich werd sogar ein bisschen offspülen, ein bisschen Diamant-Sachen fahren. Damit wir einfach spontan einfach in der nächsten Folge einfach schon reingehen können. Weil ich denk mal, die Leute wollen ja auch endlich mal einen Kampf sehen hier, ne? Wir craften jetzt mal unser... Leute, ich mach das auf das ihr lange gewartet habt, ich craften unser Enchantment-Table. Soll ich die Dias alle dazu zahlen? Wir brauchen nur 2 Dias. Aber wir brauchen erstmal Zuckerrohr und Leder für sie. Ja, ich hab ganz viel Zuckerrohr. Leder haben wir noch nicht. Hast du Leder? Nein. Obsidian habe ich... Auch nicht mehr. Aber wir können von dem Portal ein bisschen Obsidian abbauen. Oder den Nether müssen wir hin. Komm mal, Leute, ich meinst den Nether. Ja, ist egal. Ja, ich guck mal, ob irgendwo scharf ist oder... Okay, Leute. Dann geht's nochmal einen ganz kurzen Cut, bis wir das Leder haben und durch das Obsidian fertig abgebaut haben. Bis gleich. Okay, Leute. Dann sind wir jetzt, glaub ich... Tuck Norris, entfüllt Aliens, Leute. Ich weiß Bescheid. Was? Tuck Norris, entfüllt Aliens. Ja. Das wird ganz schön rausgeschnitten. Doch, natürlich wusste ich, wie man Bücher craftet. Also, Leute. So los bin ich auch wieder nicht. Ähm... Ja. Hast du da gegoogelt? Nein, ich hab noch... Ja, Leute. Das sieht man wieder wie unfähig. So. So, ich glaub ich craft noch einen Amboss. Ich klau lieber ein bisschen Kohle. Mach das. So. Mach oben keine mehr. Ein Amboss, Leute. Das ist aber auch geil, ein Amboss, oder? Ja. Möchte jede Hausfrau auch bei sich zu Hause haben. Amboss. Ja, aua. So, Leute. Ich würd sagen, das war's hier dann mal von dem Video. Wir hauen noch schnell das Eisen in die Gude. Ich denke mal, dass wir dann auch nächste Folge uns auch schon auf die Suche machen. Ich denke mal, wir werden dann ein bisschen... Ne, ne, wir müssen noch Enderperlen. Wir müssen noch Enderperlen fahren. Ja, das können wir ja auf Screen machen. Das interessiert ja keinen, wie wir Enderperlen sind. Doch, doch. Wir traden. Das wir machen. In der nächsten Folge werden wir die Enderperlen machen. Wir haben gar keinen Hausbewohner. Ja, dann suchen wir mal das Dorf. Außerdem traden. Ich google jetzt. Ja, die traden seit Jahr 1.12. Ja, Leute. Aber ich würd sagen, das wird dann hier vom Video. Tray doch mal eine 1.9. Wenn's euch gefallen hat, lass gerne ein Like da. Haut rein und ciao. Ciao.